Jawohl! Jawohl! Ein Assentäufer! Jawohl! Das ist ok! Schön aufrecht und go! Jawohl! Geht, wir machen! Oh! 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 Let's go! Für den Luege! Oh! Geh, André! Geh, André! Geh, André! Eiche Stahl! Umgreifen, nicht umgreifen! Umgreifen, nicht umgreifen! Und darum ist der Stahl so harmlos, weil er einfach leicht über die Nase nackt und wenn du halt voll spärst, dann nickt er nicht ab. Ja! Wie geht's denn hier? wie geht's denn mit der andere Ahead hin? Ja! Du hast es gesagt, wieso ist er verstanden? Ja! Ja, ich habe nachher! Ja, ich habe nach einer der Fl �itten! Echt, ich hab nur die Flähtin! Ja, das ist vor allem! Ja! Yeah! Ich habe lange, ich kann das nicht sagen, wenn man es mit kurzen macht. Uh! Achtung! Jetzt ist er heute wieder zu langsam. Ein normaler Schlag. Der ist zu langsam und zu hoch. Fliegt er gleich noch? So, das Deckel. Die ist wie falsch. Schau, jetzt hat er ein wenig tiefer zu lassen. Das ist genau der Trick. Zieh ihn ein wenig. Nullschieberle. Du bist immer noch ein wenig gesunken mit Vollgas. Ja. Aber mit dem kannst du von diesen kleinen Höger in die Thermikiste gehen. Ja. 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 Nicht laufen. Komm, komm. Soll ich ihn wegziehen? Nein. Ja. Ja. Dann stehen sie noch am Landenplatz rum und ziehen ihn auf. Bis jetzt die erste Saison. Ja. Jetzt hat er schön. Schön, schön, langsam. Ja. Ja. Ich habe auch vorhin auch so gemacht. Ein bisschen zu hoch. Und der vertreibt er mich. Ja. Der reisst echt strömiger. Dann kommen wir schon weiter an die Leute. Ja. Wirklich. Ein bisschen steiner. Probierst du eigentlich immer so schnell wie möglich abzuheben. Ja. Ich finde es so lustig, dass du sie anscheinend voll bist. Also mit dir ist es kein Problem. Bevor du es abhebst, nicht zu früh auf den Stossen. Der Schlüssel ist auch zu früh, oder? Jetzt muss er den Stossen. Ein bisschen steiner. Das kannst du schneller säkeln. Und dann erst abheben. Ja. Jetzt hätte er mit gelandet. Steiner, steiner. Woher hat er jetzt schon so? Jawohl. Geil. Jetzt kommt es dir gut. Juhu. Und Stol. Junge. Oh ja. Hau. Hau, ja. Hau. Er sollte jetzt mit den Hüften kommen. Er ist nur mit dem Kopf. Jetzt hätte er laufen können. Ich darf einfach keine Linkskurve machen. Geile Froschhaltung. Juhu! Du kannst es schon ändern lassen. Wobei, es ist schon... Du weisst ja gar nicht, wie du in der Nacht filmst. Oder nicht? Ich habe... Also so ist er recht weit weg. Ja, ich kaufe. Jawoll! Du weisst ja. Ja. Ja, ich habe ihn vor. Ich sage es zufrieden. Okej! Ich gehe nicht aus. Aber sonst haben die Jungs jetzt sehr schnell geschnallt, wie Steuern. Ja, das sind die schon da. Aber das ist nicht darum... PUSCH PUSCH PUSCH! Yeah! Ja, es ist wirklich das, wenn du mal geschnallt hast, wie Steuern, dann... Und wie... PUSCH 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 Warte mal, was ich gelernt habe! Bei dir, ja genau! Dir ist aufgezogen! Oh, ja! Ohi, Sorceric! Ohi, ohi, ohi! Das ist ein lustiger. Einmal. Ich glaube sie werden langsam nie auf die Buche gehen.